Da nützt alles Pfeiffer auch nichts mehr. Am 25. Mai muss Angelo Canepa im letzten Rund zuschauen, wie seine Mannschaft das letzte Saisonspiel gegen Faduz zwar gewinnt, aber mangelst der Schützenhilfe von St. Gallen trotzdem mit betretenen Gesichtern vom Platz schleicht. Jetzt ist es definitiv, der FC Zürich steigt ab in die Challenge League. Man wird zweiklassig, zum zweiten Mal in der stolzen Klubgeschichte. Die Saison 15-16 hat für Angelo Canepa schon schlecht angefangen. Bereits nach drei Spielen trennt er sich vom Trainer Urs Meier. Da probiert Canepa noch den FCZ-Geist zu beschwören. Es bleibt dabei, dass wir miteinander Erfolge feiern und auch miteinander versuchen, aus schwierigen Situationen herauszukommen. Das gelingt dem Präsidenten und seinem FCZ allerdings nicht. Der gross angekündige Trainer-Nachfolger Finn-Sammi Hüppier rasselt weiter von Niederlage zu Niederlage. Drei Runden vor Schluss ist der FC Zürich auf dem letzten Tabellenplatz und Angelo Canepa muss handeln. Ich werde sicher meine Ruhe zusammenholen und überlegen, wie wir die nächsten Menschen vorbereiten. Seine Lösung? Der Trainer Hüppier muss weg. Und für die letzten drei Spiele wird Uli Forte als Feuerwehrmann engagiert. Aber auch er kann den historischen Abstieg des FC Zürich nicht mehr abwenden. Die Kritik an Angelo Canepa ist darauf aber riesig. Er hätte als Besitzer zwar Millionen in den FCZ reingesteckt, dafür aber auch alles selber machen wollen. Er spielt sich als Sportchef auf, obwohl er davon keine Ahnung hat. Die Kritik trifft Angelo Canepa und seine Frau Heliane hart. Einen Rücktritt lehnen sie aber ab. Wir werden uns auch in Zukunft um den FC Zürich kümmern. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dem FC Zürich wieder auf der Volksstrasse zurückkehren können und auch zurückkehren werden. Nur vier Tage nach dem Abstieg kommt es dann zu einem denkwürdigen Spiel. Der geschlagene Hund, der FCZ, gönnt im eigenen Stadion das Schweizer Köpf-Final gegen den FC Lugano. Ein Trostpflechterchen zwar, aber so richtig jubeln mag niemand. Das Transparent der Fans sagt eigentlich alles. Gönnt den Kübel und gönnt dann nach Hause euch weiter schämen. Als der FC Zürich dann aber im Juli die Challenge-League-Saison startet, neu mit separatem Sportchef und auch Trainer Uli Forte ist geblieben, da passiert das, was eigentlich so gar niemand erwartet hat. Die Begeisterung bei den FCZ-Anhängern scheint fast grösser als noch in der Superleague. Bei Mancilo Canepa kommen die Lebensgeister zurück. Das macht natürlich Freude, einen gewissen Hype, eine gewisse Begeisterung, die wir hier spüren. Wir haben auch mehr Saisonkarten verkauft als letztes Jahr. Der Ausflug in die Challenge-League scheint dem FCZ tatsächlich gut zu tun. Als souveränen Leader ist Zürich auf dem besten Weg zurück in die höchste Schweizer Spielklasse. Einmal mehr unter der Führung vom pfeifferrauchenden Stehaufmännchen Angelo Canepa. Hannes Dickelmann, Radio 1.